Meine Freunde sind Superhelden mit Superkräften. Mein Freund Speedy zum Beispiel, der ist schneller als alle anderen. Meine Freundin Paula kann noch was verstehen, wenn keiner mehr was hören kann. Und meine aller allerbeste Freundin Lotte, die kommt von einem anderen Stern. Ey Großer, komm jetzt endlich. Und weil wir alle zusammenhalten, sind wir unschlagbar. Ey Großer.